Wie stehen Sie zum Beispiel zum Thema Geldanlage in Bezug auf Kryptowährungen, Edelmetalle, Immobilien? Können Sie dazu mal ein bisschen was aus Ihrer persönlichen Ansicht teilen? Das Geld verdienen, was ich verdienen will, das muss ich selbst. Alle anderen, die wollen es nur von mir. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss mein Geld selbst verdienen. Deshalb gab es keinerlei Anlagen. Ich habe nur ins eigene Unternehmen investiert. Ich sage mal, es gab ja 26 Textilfabriken in Wollerdingen. Es gibt heute nur noch Trigema. Also so falsch kann es ja nicht gewesen sein. Und so ganz schlecht geht es ja der Firma Trigema nicht. Und so muss ich auch eine Zeit mit diesem sinnlosen Krieg und mit dieser Gasgeschichte, das muss ich bewältigen. Das bin ich meinen Mitarbeitern schuldig. Und irgendwann sehnen wir uns alle nach wieder normalen Zeiten. Und vielleicht kann ich es noch erleben. Ich möchte es doch nochmal probieren. Und zwar...